Ja, hallo, danke für das späte Erscheinen noch. Es ist ja schon relativ spät am Abend. Ja, was ich heute erzähle, hat mit PostgreSQL ein bisschen mit Drop-E-Shooting zu tun. Ich habe mir lange überlegt, was man zu dem Thema so schreiben könnte. Und es geht eigentlich hier, oder was ich heute hauptsächlich erzählen möchte, wären einfach so ein paar Fallstricke, was insbesondere bei Installation und Administration von PostgreSQL den Administrator erwarten kann und was auf ihn zukommt. PostgreSQL ist ein, wie ich finde, sehr recht zu administrierbares System eigentlich. Aber es gibt dann halt doch Sachen, wo man sich schon ein bisschen mit Internas und so weiter auseinandersetzen muss. Da möchte ich einfach mal einen kleinen Überblick geben, was denn da so gibt. Und vielleicht auch einen Ausblick geben, was sich demnächst ändern wird. Oder wollte dann aber auch ein bisschen auf Ihre Fragen eingehen, wenn da im Laufe des Vortrags irgendwie was auffällt. Oder wenn Sie irgendwie Fragen dazu haben, scheuen Sie sich also nicht sofort die Hand hochzureißen. Oder laut hier zu schreien. Das ist mir eigentlich am liebsten. Also Sie können mich da ruhig unterbrechen. Ja, da habe ich eine kleine Agenda hier. Hier, der erste Schritt ist eigentlich immer Installation. Da möchte ich ein bisschen was zu INIDB erzählen und wie man sich im Vorfeld vielleicht Gedanken drüber machen kann, wie man sein Datenbank-Layout wählt, was zu beachten ist bei INIDB. Administration beschäftigt sich dann hauptsächlich mit so Tasks, die auf den Administrator im alltäglichen Leben drauf zukommen und was er am besten nicht tut und was er am besten macht. Entwicklung. Das ist für mich eigentlich recht offen gestaltet. Da hoffe ich auch ein bisschen darauf, dass vielleicht auch Fragen aus dem Publikum noch so kommen. Ich weiß nicht, wie viele Leute haben hier PostgreSQL im Einsatz. Aber doch jede Menge. Ja, da sind bestimmt, hoffe ich doch, genügend Probleme schon aufgelaufen. Dann erzähle ich noch ein bisschen was zu Backup. Backup ist ja eigentlich fast das wichtigste Kapitel, aber das habe ich absichtlich ein bisschen nach hinten geschoben. Ich hoffe, dass wir da auch noch genügend Zeit haben, dann auch über verschiedene Backup-Schemas und so weiter zu sprechen und so weiter. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Die Installation beginnt eigentlich immer, je nachdem, mit einem Binärpaket, mit einem MSI-Installer, wenn man es unbedingt unter Windows einsetzt oder vielleicht doch mit dem Source-Code. Den kompiliert man und baut man. In der Regel nehmen die Leute wirklich Binärpakete, sei es ein RPM oder ein DEP-Paket oder wie gesagt der MSI-Installer und kommen eigentlich mit ihnen die BNI in Berührung. Die kommen aber spätestens dann in Berührung, wenn die Datenbank irgendwann mal einen Punkt erreicht hat, wo man doch mal vielleicht eine spezifische Maschinenkonfiguration machen will. Das heißt, man hat vielleicht ein neues Sahn gekauft, das hat einen dedizierten Mountpoint und so weiter, möchte dann aber vielleicht doch mal zwischendurch eine Migration mal durchspielen und so weiter oder eigene Testdatenbanken oder Datenbank-Cluster aufsetzen, wie es so schön im PostgreSQL-Jargon heißt. Und spätestens dann kommt man eigentlich immer dann in Berührung, wie mache ich das eigentlich. Also was im Vorfeld eigentlich immer wichtig ist, wenn man einen PostgreSQL-Server aufsetzt, ist eigentlich fast immer, was für ein Festsystem nehme ich überhaupt. Für die meisten ist es eigentlich recht einfach, die kriegen den Server hingestellt, der hat irgendeinen Rate drin, die meisten wissen dann mal, was für ein Level oder so, Rate 1, Rate 5, Rate 10 und so weiter. Aber es macht durchaus Sinn, sich im Vorfeld mal da wirklich Gedanken darüber zu machen, was denn hier eigentlich sinnvoll ist. Zum Beispiel, wenn man nicht unbedingt reine brachiale Schreibperformance braucht, sondern eigentlich nur Absicherung für Festplattenauffälle, dann tun es auch in Einzelerfolge mit schnellen Festplatten. Dann allerdings ist es ja so, die Datenbank wächst. Das ist fast immer so. Irgendwann wird die Applikation größer, die Anforderungen ändern sich, es kommen mehr Kunden. Spätestens dann wäre man froh, wenn man sich dann über ein LVM oder irgendwas so was Gedanken gemacht hätte. Deswegen habe ich das hier mal, gesondert erwähnt, mal aufgeführt. Der LVM gestartet halt auch das Resisten oder das dynamische Umgestalten seines Festplattenlayouts völlig transparent von den Festplatten, die eigentlich drunter liegen. Wenn man das da intelligent macht, dann kann eigentlich das Festplattenlauf folgen, das kann man in den Festplatten reinstecken, das LVM vergrößern, dann wächst quasi der Festspeicher immer mit dem Datenbanksystem mit. Empfehlenswert ist dann halt auch, dass man dann auch Rate-Level nimmt, die ein bisschen auch Performance getrimmt sind, dass man sich vielleicht Gedanken macht, im Vorfeld doch ein bisschen mehr zu investieren und ein Rate 10 zu nehmen. Das ist für Datenbanken generell eigentlich zu empfehlen. Oder vielleicht ein Rate 5, wenn es ums Lesen geht, wenn man genügend Spindeln hat, also relativ eine breitige, so 6, 12 Laufwerke oder so, dass man wirklich gute Leseraten hinkriegt. Das kommt natürlich auf die Anwendung drauf an. Aber es ist halt wichtig, sich im Vorfeld ein bisschen Gedanken drüber zu machen, dass man sich im Nachhinein ständige Umstrukturierungsarbeiten eigentlich ersparen kann. Es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als ein Datenbanksystem ständig umzustrukturieren. Das ist eigentlich, weil da kommt nie eine Kontinuität hin. Das will man eigentlich vermelden als Admin. Worüber die Leute eigentlich fast nie nachdenken, ist ein separates Wahllaufwerk. Das betrifft vor allem die Leute, die zum Beispiel OLTP-Anwendungen fahren, wo Hunderte von Transaktionen pro Sekunde auf eine Datenbank reinprasseln, weil dann ist eigentlich das Wahll fast immer der Bottleneck. Und wenn man so eine Konfiguration hat und dann je nachdem, welchen Festsprecher man drunter liegen hat, wenn man zum Beispiel ein Direct Attached Storage hat, dann hat man dann doch vielleicht die Option, separate Spindeln dafür zu reservieren, sei es ein RAID 1 oder RAID 10 mit sehr schnellen Festplatten, dass man einen sehr guten sequentiellen Schreibdurchsatz bekommt, um halt dann die Hauptfestplatten, wo die Daten dann drauf liegen, ein bisschen davon zu entkoppeln. PostgreSQL protokolliert alle Änderungen einer Datenbank erstmal im Transaktionslog. Und asynchron werden dann die Änderungen irgendwann mal dann in die Datenbasis weggeschrieben. Das Transaktionslog ist aber im Prinzip das, was für das Recovery zuständig ist. Und wie gesagt, das ist dann meistens bei OLTP-Anwendungen dann der Bottleneck. Die neueren Releases kann man dann sofort bei InetDB festlegen. Ich habe jetzt mal hier MNT Wahl genommen, da liegt jetzt ein separates Laufwerk drin. Und mit dem Parameter Minus X kann man dann das Wahl sofort auf eine andere separate Mountpoint anlegen. Man kann das auch im Nachhinein machen. Dann muss man halt die Datenbank runterfahren, von Hand des PGX-Log-Verzeichnings verschieben und dann Simlink drauf machen. Das geht aber halt nur mit einer Downtime. Und wenn man schon weiß, ich habe da schon mit einigen Hundert Datenbankverbindungen zu handeln und so weiter, dann lohnt sich das wirklich im Vorfeld so zu machen. Bei SAN ist das vielleicht ein bisschen was anderes. Die sind ja halbwegs intelligent, können Schreibleistungen dann entsprechend verteilen. Aber wie gesagt, je nach Hardware ist es dann doch sinnvoll, sich vorhin Gedanken zu machen. Genauso Temp-Table-Spaces. Die Temp-Table-Spaces, da kann man sich von vorher bei der Installation schon mal Gedanken machen. Hat man große Queues, die viel sortieren zum Beispiel, also ich muss Unmengen an Daten aggregieren zum Beispiel, dann ist es lohnenswert, ein separates Laufwerk sich vielleicht auszuwählen für die Temp-Table-Spaces. Das ist 9.8.3 jetzt hinzugekommen, damit sie nicht Temp-Tabellen oder so gemeint, sondern wirklich temporäre Dateien, die PostgreSQL benutzt, um Datenbestände während Abfragen zu sortieren. Da kann man auch mehrere Table-Spaces angeben und die werden dann im Round-Robin-Verfahren dann pro Query benutzt. Das heißt also, wenn die Query mehrere Sortieroperationen beinhaltet, dann können die Query im Round-Robin-Verfahren diese Table-Spaces durchhangeln quasi. Da kann man ein bisschen Load-Balancing dann reinkriegen. Nein. Da nimmt die wirklich strikt nach Reihenfolge. Da merkt sich das quasi anhand eines Elements, was er zuletzt gewählt hat, und dann geht er einfach strikt weiter, so zirkulär. Kann ich die Netball-Nachleiter auch umgelegt, vergrößern und verkleinern, um sich die Daten für den Einwohnen-Verfahren zu verändern? Das kann man ja nicht, weil man das Datei-System vergrößern muss. Ich weiß nicht, ob man ein Datei-System online vergrößern kann. XFS, okay. X3. Christoph, X3. Neuere. Immer neuere. Also das sollte dann funktionieren. PostgreSQL dürfte das dann auch selber nicht stören, weil der macht ja direkt nichts an das Heilsystem. Der ist ja eine ganz normale User-Anwendung, eigentlich das Betriebssystem. Ein bisschen vorsichtig wäre ich vielleicht mit dem Val. Ich weiß es nicht, weil wenn da was schief geht und das Val wird korrumpiert, dann könnte es ein Problem geben. Separater Table Space für Indexe. Für Sonderfälle, ja. Also es kommt darauf an, was man für Anwendungen hat. Wenn man wirklich reine Index-Scans hat in seinen Applikationen, wo man weiß, ich selektiere sowieso nur den Primärschlüssel und so weiter, rentiert sich das eigentlich fast gar nicht. Und selbst bei SANS, die ja Schreibanfragen entsprechend verteilen können, das ist eigentlich fast nicht von Vorteil. Im Gegenteil eigentlich. Es ist aber so, dass zum Beispiel, wenn Bitmap-Index-Scans erfolgen, das heißt, also man hat große Abfragen, PostgreSQL benutzt einen Bitmap-Index, der läuft unabhängig vom Index-Scans eigentlich. Also der Index-Scans muss ja immer erst dem Index nachgucken und muss dann zurück auf die Tabelle, um zu gucken, ob das Tupel überhaupt für ihn relevant ist. Das heißt, man kriegt da so eine Zick-Zack-Zugriffsstruktur hin. Bei sehr vielen Daten, die mit Index-Scans rausselektiert werden müssen, kann das entsprechend teuer sein, weil der Lesekopf ja ständig zwischen Random hin und her wechseln muss. Da kommt natürlich drauf an, was für eine Hardware drunter liegen hat. Und deswegen kann es dann schon vom Vorteil sein, wenn man weiß, die Index-Scans sind nicht unbedingt selektiv, sondern haben größere Ranges, den Index auszuladen auf eine separate Spindel. Einfach, um dann ein bisschen das da wegzukriegen von dieser einzelnen Spindel. Sonst hämmern die ständig da aufeinander gegenseitig ein und das sind eigentlich konkurrierende Suche. Was ist denn jetzt? Achso, kein WLAN mehr. Sollte man sich auch überlegen und es ist aber auch ganz nützlich für Platzmanagement und so weiter. Wenn man weiß, ich habe hier einen separaten Table Space. Das Ausprobieren von Maschinenkonfiguration, also einer Art Benchmarking, das ist natürlich abhängig von der Anwendung. Man kann synthetische Benchmarks laufen lassen, wie PG-Bench, der ist im PostgreSQL-Lieferumfang enthalten. Das Problem ist aber, dass es synthetische Benchmarks sind. Das heißt, also der PG-Bench vor allem, das ist ein TPCB, der misst nur Transaktionsdurchsatz. Das ist ihm völlig wurscht, was da in der Datenbank selber abläuft. Hauptsache er kriegt dann halt die Anzahl Transaktionen pro Sekunde hin, die der Anwender erwartet. Man kann auch PG-Bench dazu benutzen, applikationsbezogene eigene Abfragen damit zu benchmarken. Dem kann man dann so ein Skript mitgeben. Da kann man dann bestimmte Variablen definieren und so weiter. Und dann hammern quasi diese Skripte immer gegen die Datenbank. Und dann wird der Transaktionsdurchsatz gemessen. Es gibt Leute, die machen das so, die fischen dann quasi langsame Queries oder übliche Queries, die ein bisschen komplexer sind, aus ihren Log-Files raus und machen daraus ein PG-Bench und messen das damit. Und dann kann man auch sagen, okay, dass das jetzt so langsam war oder so schnell war, war kein Wahl oder war kein Handspace? Also Index-Tablespace wird nie Ihnen den Performance-Benefit dann geben, wenn Sie Performance-Probleme haben wie ein separates Wahllaufwerk. Also Wahllaufwerk ist wirklich eklatant. Das macht teilweise 20, 30 Prozent dann aus. Wenn jetzt sogar mehr. Es kommt natürlich darauf an, wenn Sie nur zwei Verbindungen gleichzeitig haben, dann bringt Ihnen das auch nichts. Weil es geht ja wirklich nur darum, die Transaktionsbandbreite hinzukriegen. Das kommt darauf an, wie es konfiguriert wird. Standardmäßig sind 3 mal 16 Megabyte mal 2, also 48 Megabyte und so weiter, plus mal 2. Also das ist, man kann es runterkonfigurieren auf ein Segment, das sind dann 16 Megabyte. Man muss immer eins dann in petto halten, also 32 Megabyte. Man kann es aber hochkonfigurieren bis 16, 20, 32 Gigabyte. Wenn man sich, das Problem bei Checkpoints oder Wahl ist halt wirklich, dass der den, alles was an Daten geschrieben wird, kriegt dieses Teil hier komplett ab. Weil das ist die Lebensversicherung vom Postgres-Call. Damit kann er jederzeit einen Crash überstehen und wieder recovern. Und man muss auch beachten, hier laufen auch F-Syncs. Also Postgres-Call benutzt sogenannten Synchron-Schreibvorgänge, also der synkt die ständig auf die Festplatte beim Comet. In Postgres 8.3 kann man auch Synchronos-Comet ausschalten. Das heißt also, da übernimmt dann ein separater Hintergrundgrundsatz asynchron diese Comets. Das kommt halt natürlich darauf an, ob man sowas haben will, weil man kann dann potenziell nämlich Daten verlieren, weil Daten, die eigentlich gekommetet waren, könnten beim Crash anschließend verloren gehen, weil die ja gar nicht gesynkt sind. Das war früher im Postgres F-Sync-Off, aber F-Sync-Off war ein Riesenproblem, weil das Inkonsistenten verursachen konnte. Das heißt, wenn Ihnen die Daten mal runtergefallen ist oder einer hat einen Stromstecker gezogen oder irgendwas anderes, Admins haben mit Kill-9 das Backend gekillt, dann konnte es passieren, dass das Wahlinkonsistent geworden ist. Einfach, weil die Postgres-Datenbank davon ausging, die Daten sind synchron, ich habe ein Comet immer synchron, aber in Wirklichkeit sind die dann im Schreibcache gelandet, weil das F-Sync-Off war und das Betriebssystem schreibt ihr danach gut dünken. Und Synchronos-Comet ist im Prinzip so eine Variante, nur, dass die Datensicherheit garantiert ist. Das heißt also, die Datenbank ist immer konsistent, aber man kann bereits gekommene Transaktionen verlieren. Das ist zum Beispiel ein interessantes Feature, wenn man Session-Daten irgendwie verwalten will in der Datenbank. Die Website, die schreibt Session-Daten, die Session-Daten sind temporär, dann können diese Session-Schreibvorgänge können dann mit Synchronos-Comet off laufen und dann habe ich da schon mal diesen Instant-Transaction-Traffic mal ein bisschen weg. Das Zweitwichtigste, was man sich überlegen sollte nach diesem Ganzen, ist eigentlich die zu erwartende Größe von Tabellen und Indexen. Das ist eigentlich nicht so einfach zu berechnen, weil der Tupelheader, der ändert sich ab und zu mal. Also das hier sind 24 Bytes, das müsste so Stand 8.2 sein. 8.3 hat ein bisschen kleineren Tupelheader. Ich glaube, das sind dann 21 Bytes sowas um den Drehraum oder 20 Bytes sogar nur. Den muss man dann also pro Zeile, die man hat, dazurechnen. Der Item-Pointer für jedes Tupel, das zählt auch noch zum Overhead dazu, ist 4 Bytes und dann habe ich hier einfach mal zwei Integer-Felder mal gewählt, A4 Byte. Jetzt komme ich insgesamt auf 8 Bytes, also hätte ein Tupel bereits die Größe von 34 Bytes. Das kann man dann hochrechnen, ungefähr, auf die zu erwartenden Datenmenge. Man geht zum Beispiel von einer Million Datensätze aus, eine Million mal 34 Bytes und da muss man aber noch beachten, dass die PostgreSQL-Datenbank immer eine Page mit 8 KB anlegt, wo dann diese 34 Bytes dann drin landen. Das heißt also, man nimmt die 8K durch 34 Bytes und errechnet, wie viele Tupel eigentlich dann estimated in meine Page passen und kann die Anzahl dann multiplizieren und hat dann ungefähr eine Gesamtgröße vom Heap, also von der Tabelle. Der Index ist ein bisschen kleiner, da kann man ungefähr von einem Drittel ausgehen, kommt drauf hin, weil der Index enthält ja auch die Netto-Daten. Der Index-Header ist aber wesentlich kleiner, nur 6 Bytes oder so und dadurch sind Indexe dann wesentlich schlanker. Also ein Index auf dem Integer-Feld ist um einige schlanker als ein Tupel in der Tabelle an sich. Da muss man ein bisschen halt Schätzungen betreiben, was man denn so an Tabellendaten erwartet. Schwierig ist dann, wenn man Textdaten hat, weil da muss man dann, man weiß ja nicht genau, was die Anwender jetzt in ihre Kommentarfelder oder so eingeben. Wenn man so einen Text hat, der ja längenunbeschränkt ist, da muss man halt mal gucken, geht man halt von der Standardgröße von 50, 100 Bytes aus und rechnet das dadurch mal hoch. Es ist aber so, dass wenn, zum Beispiel, ich hatte so einen Fall letztens, eine 16 Gigabyte Datenbank von 8.2 auf 8.3 hatte dann nur noch 13 Gigabyte. Also die Platzversparnung von 8.3 ist wirklich eklatant. Und vielleicht gibt es in 8.4 sogar noch mehr, weil man streitet sich gerade rum, ob man diese Fixlängefelder in PG-Glas nicht auch ein bisschen eindampft. Das ist aber ein großer Streitpunkt, weil man nicht genau weiß, wie die Seiteneffekte sind und so. Wir fragen zu der Folie. Der nächste Schritt bei der Installation, und das ist eigentlich fast der wichtigste, finde ich, bei InetDB. Die meisten Leute machen InetDB und machen sich keine Gedanken über Encoding und Locale. Da machen sowieso viele Leute einen Bogen drumherum, weil das ja sowieso immer so ein verflixtes Thema ist. In PostgreSQL, wenn man auf einer modernen Plattform ist, dann hat man eigentlich keine Probleme, weil PostgreSQL wird in der Regel, wenn man ein Debian heutzutage modern ist, installiert, da haben wir UTF-8. Und ein paar InetDB, wenn nicht anders ihm gesagt, nimmt dann immer den Systemstandard, der gerade in der Umgebung aktiv ist. Also UTF-8 wird das in der Regel sein und dann halt ein englisches Locale oder deutsches Locale, je nachdem. Früher war das ein bisschen schlimmer, weil da gab es dann immer so ein Vorweg auf dieses SQL-ASCII-Zeugs. Und SQL-ASCII ist aber kein Encoding, das ist nichts, das ist Binärkrams, irgendwas. Das hat dann den Nachteil, dass nämlich sowas hier passiert. Wenn ich jetzt hier die Locale angebe, dann bestimme ich auch indirekt damit die Sortierung in meinem Index, die sogenannte Collation Order. Und interessant wird das zum Beispiel, wenn man hier Deutsch macht, dann sieht man nämlich hier die Unterschiede. Hier war SQL-ASCII und hier war UTF-8 DE-Locale aktiv. Und man sieht hier Unterschiede in der Sortierung. Und das will man natürlich nicht. Man möchte natürlich dann schon eine ordentliche Sortierung haben, wenn ich deutsche Daten drin habe. Und da muss ich immer appellieren, dass man sich vorher Gedanken darüber macht, welche Daten man drin speichern will. Man kann auch das Encoding festlegen und in den DB dann das Locale überlassen. Aber dann muss das Locale immer zum Encoding passen und umgekehrt aber auch. Da muss man natürlich immer sich Gedanken darüber machen. Schwierig wird es dann, wenn man Kyrillisch hat. Da kenne ich mich gar nicht aus. Da braucht man dann schon fast irgendwelche Experten, die das genau hinkriegen, wie es entsprechend funktioniert. Gibt es jemanden, der S-Golarski verwendet? Das soll ja eigentlich heutzutage nicht mehr der Fall sein. Freiwillig oder was? Freiwillig, ja. Es gibt ja Fälle, wo das durchaus Sinn macht. Ja, aber dann stimmt die Sortierung trotzdem nicht. Das ist hier das Binär-Sortierung. Also der sortiert die Dinger nach. Was wird das sein? Oktalwert, keine Ahnung. Also das bringt einem ja nichts. Im PostgreSQL hat man halt das Problem, dass man diese Collation-Order nachhinein nicht mehr ändern kann. Deswegen eigentlich der Hinweis jetzt hier explizit darauf. Wenn man mal ein Collation festgelegt hat, dann ist das für alle Zeiten in diesem Cluster betoniert. Da muss man entweder einen Dump machen, einen Restore in den neuen Cluster oder sich irgendwas anders einfallen lassen. Ja? Wie schaut man das aus, wenn man mehr als eine spartende Datenbank haben möchte? Ja, das ist ein Problem. Das heißt, wenn man jetzt eine Multilingual-Order-Cash hat, dann... Also man kann Datenbanken in unterschiedlichen Coding anlegen. Das funktioniert. Okay, aber in so quasi auf Objektebene gibt es noch keine Datenbanken. Nein, auf Tabellenebene funktioniert das nicht. Also andere Datenbanken teilweise, die bieten auch Collation-Order bis runter auf Column-Ebene an. Aber ich weiß nicht so genau, warum... Also es gab mal Patches, die haben das auch im PostgreSQL nachgerüstet, dann waren die aber nicht so richtig standardkonform. Teilweise haben die auch komische Ergebnisse produziert. Man weiß noch nicht so genau richtig, wie man das implementieren sollte. Aber ich denke, denke mal, auf Tabellenebene würde ich das schon so machen. Auf Spallenebene kann man sich drüber streiten. Da gibt es Encoding vor, ja? Das Client-Encoding. Ja. Der Client muss der Datenbank sagen, welches Encoding erspricht, damit die Daten richtig konvertiert werden. Also das ist so, das ist ein interessanter Hinweis. Wenn man hier dieses Encoding der Datenbank festlegt, dann wird das automatisch auch für die Client-Verbindung verwendet. Das ist der Default, das Server-Encoding. Der Client nimmt dann einfach an, der Client hat auch Server-Encoding. Das ist natürlich blöd, wenn man mit Latin daherkommt und so weiter. Deswegen gibt es das sogenannte Client-Encoding. Das heißt, man kann in einer Session spezifizieren, welches Encoding ich jetzt gerade verwende. Kommen jetzt meine Daten in Latin an? Kommen sie in UTF-8 an und so weiter? Da muss man sich auch Gedanken drüber machen. Also wenn man zum Beispiel Java-Entwickler ist, muss man sich keine Gedanken machen. Java ist UTF-8. Aber dann kann man sich durchaus Szenarios vorstellen mit Perl-Anwendungen, PHP-Anwendungen aus dem Webserver raus, wo der Webserver dann irgendwie was anderes spricht, als der Datenbank-Server hat. Das ist eigentlich der meiste Fehler. Da kommen halt die Umlaute irgendwie kaputt an oder so. Und da kommt Byte-Müll rein und das ist dann das meiste Zeichen dafür, da muss man sich über Client-Encoding Gedanken machen. Der Admin kann das aber auch an Datenbanken binden, dieses Client-Encoding. Also wenn man weiß, diese Datenbanken, da sprechen nur Latin-9-Clients zum Beispiel, dann kann man das direkt auch an die Konfiguration der Datenbank binden. Muss man das nicht global einstellen oder so. Das heißt aber in Multilingual, dann werde ich da von Action mitgegeben, dieses Encoding, dieses was auch immer, die Sortierung halt, die dieser Collation entspricht. Nein, das kann man nicht mehr ändern. LC-Collate und LC-C-Type, die sind dann fest. Noch mehr Fragen dazu? Hat jemand schon mal das Problem mit den Sortierungen und so? Ja, das kommt öfters vor, als man denkt. Okay, gehen wir einen Schritt weiter. hat man jetzt seinen Datenbank am Laufen und man hat es mit Daten befüllt und so weiter, dann kommt eigentlich schon der erste Schritt, über den man sich Gedanken machen muss. Meistens hat man ja schon irgendwelche Daten, wenn man auf PostgreSQL beispielsweise migriert und dann ist es eigentlich schon mal notwendig, wenn man ein Auto-Vakuum nicht benutzen wird, da kommen wir jetzt dann gleich dazu, dass man ein Analyze macht. Weil die meisten, die laden dann die Anwendungen rein oder die Daten rein von ihrer Anwendung und machen dann Tests. Dann erschrecken sie schon mal, wenn, wie gesagt, der Auto-Vakuum nicht aktiv ist, aber da sage ich gleich noch was dazu. Weil PostgreSQL, wenn die Daten in die Tabellen geladen werden, erst mal mit Standard-Optimizer-Statistiken arbeitet, der hat da so einen Standard, der sieht halt, es ist kein PG-Stats-Eintrag für diese Tabelle da, also keine Heuristiken, dann gehe ich jetzt einfach mal von Default-Werten aus. Und wenn man natürlich dann 20 Millionen in eine Tabelle geladen hat und so weiter, dann ist das natürlich nicht unbedingt akkurat, was da drin steht oder was er annimmt. Deswegen sollte man nach so Batch-Jobs oder so Biceloads immer manuellen Analyze hinterher schicken. Das Analyze ist ja relativ flott und relativ schnell und dann kann man vernünftig testen. Weil dann hat man nämlich wirklich akkurat die Optimizer-Statistiken und erschrickt nicht. Ein anderes Thema ist, wenn man Autovakuum hat, da springt ein Autovakuum in die Pressure und macht das. Im laufenden Betrieb ist es dann für den Admin notwendig, sich Gedanken über Vakuum selber zu machen. Die meisten, die machen halt, die installieren entweder einen Grondjob, der das macht oder verlassen sich auf Autovakuum. Verlassen ist gut, aber Wissen ist besser, sage ich immer. Das heißt, man sollte sich schon Gedanken machen, wie man es denn genau aufdröselt. Macht überhaupt Autovakuum genau das, was ich will? Vakuumt der auch rechtzeitig? Und vor allem, wann vakuumt der? Kann ich mir das leisten, dass während meiner Stoßzeiten gegen 12.30 Uhr oder so wirklich ein Autovakuum läuft? Und so weiter. Das meine ich damit. Kann man manuelles Vakuum machen? Ich habe das mal absichtlich gemacht, um die Leute zu schocken. Das ist ein Verbose-Output von einem manuellen Vakuum, das gleichzeitig ein Analyze macht, das heißt, die Optimizer-Statistiken aktualisiert und natürlich ein Vakuum ausführt. Ein Vakuum ist dafür zuständig, fragmentierten Speicherplatz in Tabellen und Indexe frei zu geben. Analyze, wie gesagt, aktualisiert die Optimizer-Statistiken und das läuft dann hier in einem Rutsch durch. Was hier interessant ist, ist zum Beispiel die Tabelle Public Foo. Bei diesem Verbose-Output diese Details. Also im Idealfall macht man sowas zum Beispiel nachts zu einer Main-Lens-Fensterzeit, wo man die komplette Datenbank durchvakuumen kann und protokolliert entsprechenden Output mit und dann kann man da hier mal pausen, so schön danach. Also zum Beispiel hier diese Tabelle ist leer. Die hat sechs Non-Removable-Row-Versions, das heißt, die sind live, also aktiv, mit einer Page und null sind removable. Interessant ist dann das hier, null dead rows, zero dead rows cannot be removed yet. Das ist dann ein Indiz zum Beispiel, dass Transaktionen zwar Tupeln gelöscht haben, aber andere Transaktionen noch aktiv sind und deswegen Vakuum diese dead row-Versions nicht verschieben, löschen kann beziehungsweise invalidieren kann. Das ist auch beim wichtigen Punkt, langlaufende Transaktionen. Da komme ich noch noch dazu. Hier ist noch ein anderer Aspekt, das ist die Free Space Map. Hier sieht man ein paar nützliche Informationen. Die Free Space Map trackt quasi die vom Vakuum erfassten fragmentierten Speicherplätze und gibt die dann quasi darüber wieder zur Wiederverwendung frei. Das heißt also, wenn Sie ein Tupel löschen oder updaten, das ist genau dasselbe, was heißt, dass das ein invalidieren ist und ein Tupel neu anlegen. Dann werden diese in dieser Free Space Map gespeichert und das nächste Mal, wenn Sie ein Insert oder Update machen, dann guckt das Backend erstmal nach, habe ich überhaupt in meinem Heap irgendwo freien Speicherplatz und kann es dann da einsortieren. Das heißt also, es ist unheimlich wichtig, dass der fragmentierte Speicher hier von der Free Space Map erfasst werden kann. Das ist eigentlich alles, worauf man achten muss. Man muss halt gucken, 200 oder 4.800 Paceschloss sind hier konfiguriert, 55 sind drin und 976 bräuchte ich. Also ich bin im absoluten Grünbereich hier. Vakuum verbose sagt das dann aber auch, wenn es eben zu knapp wird. Da gibt er einen Hint raus und sagt, ja, consider increasing Free Space Map. Deswegen bin ich ein ganz großer Freund von diesen Vakuum verbose Läufen, dass man die ab und zu mal macht, einfach um diesen Output zu kriegen, weil Auto-Vakuum macht das nicht. Auto-Vakuum verlässt sich halt auf, dass der Admin entsprechend die Free Space Map richtig konfiguriert hat. Gibt es dazu Fragen? Ups, sorry. Nein, das ist sogar empfehlenswert. Man muss aber aufpassen, der Auto-Vakuum weiß nichts davon, dass man jetzt auch nochmal vakuumt. Das heißt, der Auto-Vakuum vakuumt auch. Man hat da mehrere Vakuums laufen und das sorgt natürlich für erhöhte Last. Also in 8.3 ist es sogar noch ein bisschen krasser jetzt, weil da gibt es jetzt mehrere Worker. Der ist jetzt multithreaded oder ein Multiprozess-Vakuum ist das jetzt quasi. Der beschäftigt standardmäßig bis zu drei Vakuum-Prozesse gleichzeitig oder Analyze-Prozesse. Wichtig ist das eigentlich eher für Analyze, weil ich will ja häufig Analyzen. Aber für das Vakuum kann natürlich schon vorkommen, dass dann hier drei gleichzeitig laufen und das muss man halt dann mit in Betracht ziehen, dass das dann ein Förder noch eventuell ist und dann macht vielleicht das die Festplatte irgendwann mal eine Krätsche, weil Vakuum ist eine IO-intensive Sache, das muss man so sagen. Je mehr fragmentierter Hieb da ist, desto intensiver ist das für die Festplatte. Vor allem auch, was Traffic ins Transaktions-Log angeht, das Vakuum auch nicht ganz ohne. Das sind wir schon beim Stichwort Autovakuum, der ist eigentlich immer zu empfehlen, finde ich, bis auf ein paar Spezialfälle, wo man es sich wirklich nicht leisten kann, dass während Stoßzeit plötzlich ein Vakuum da ist. Es gibt durchaus DBAs, die können das nicht leiden und die möchten das auch nicht. Die vakuumen dann lieber selber. Es gibt aber eine Möglichkeit, solche Tabellen zum Beispiel auszunehmen. Da kommen wir gleich noch drauf. Autovakuum on, Track Counts on, das muss sein, weil Vakuum oder der Autovakuum eigentlich auf den Statistiken basiert, die die Datenbank über seine Tabellen sammelt. Das ist nur dann der Fall, wenn Track Counts auf on steht. Anderenfalls weigert sich auch der Autovakuum zu starten. Standardmäßig, wenn man die Source-Code runterlädt, also die Vanilla-Sourcen und so weiter, die haben den jetzt standardmäßig aktiviert. mit den drei Workern und einer Loop-Zeit von 60 Sekunden. Das heißt, er guckt alle 60 Sekunden pro Worker nach, ob es was zu tun gibt. Ich hoffe, man kann es lesen. Es gibt diverse Grenzwerte, die eigentlich ausschlaggebend dafür sind, ob der Autovakuum jetzt reinkickt oder nicht. Das sind der Vakuum-Threshold und der Analyze-Threshold und die Konfigurationsvariablen Autovakuum-Vakuum-Threshold, Autovakuum-Vakuum-Scale-Faktor und das gleiche für Analyze mal die effektiv vorhandene Anzahl an Tuple-Moment in der Tabelle. Also diese Formel quasi gibt dann Auskunft, ab wie viel geänderter Tuple dann dieser Threshold überschritten wird und dann kommt Vakuum zum Zuge. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so konfiguriert habe, dass ich einen Threshold von 10.000 habe und ich habe 12.000 aktualisiert, Update oder Delete, dann wird diese Formel erfüllt sein und dann kickt der Autovakuum rein. Vielleicht auch ein bisschen später, das kommt darauf an, wie viel gerade los ist. Also diese Parameter hier, die sind konfigurierbar und die bestimmen diesen Threshold quasi. Und da muss man halt ein bisschen, die stehen standardmäßig in 8.3, der steht glaube ich auf 50 und der hier auf 0,2 und der hier auf 10 und der auf 0,1. Das ist ein sogenannter Prozentfaktor, das heißt also 0,1 wären dann 10%. Das ist dann auch ausschlaggebend, zum Beispiel, wenn Sie eine Tabelle initial befüllen, dann ist es auch wichtig, ob der Autovakuum dann reinkickt oder nicht. Und wenn Sie eine Tabelle initial befüllen und er erreicht diesen Threshold nicht, dann kickt er auch vorher erstmal nicht rein. Beim Befüllen ist Vakuum ja eher irrelevant, da geht es ja eher ums Analyze, weil wenn wir füllen, gibt es ja keinen fragmentierten Heap normalerweise. Überwachungsmöglichkeiten für Autovakuum. So, jetzt kommen wir wieder auf das Thema mit diesem Vakuum Verbose zurück. Vakuum Verbose ist viel, viel gesprächiger als das, was Autovakuum im Moment macht. Leider. Das heißt, diese Detailinformationen von der FreeSpace Map und so weiter kriegen Sie nur so detailliert raus, indem Sie einen wirklichen manuellen Vakuum Verbose machen. Es gibt die Möglichkeiten, in 8.3. Ich springe da einfach mal vor. Habe ich das jetzt? Ist leider nicht drauf, schade. Ich dachte, ich hatte da so ein Screenshot von so einem View. Es gibt die Möglichkeiten über die Stud-Views machen wir es halt so. Stud-User-Tables über den Tabellnamen abzufragen, wann die Tabelle zuletzt gewakuumt wurde. Und zwar unterscheidet er dann über normales manuelles Vakuum und zwischen Autovakuum bzw. manuelles Analyze und Autoanalyze. Die kann man dann über diese Views hier abfragen. Das ist seit 8.2 dann hier da. Und seit 8.3 gibt es auch die Möglichkeiten, die Verbosity ins Log-File ein bisschen besser zu machen, sodass man auch wirklich sieht, was Autovakuum eigentlich gerade für Tabellen im Beschlag hat. In 8.1 gab es das noch gar nicht. In 8.1 schreibt er ins Log-File Vacuum in Database Postgres oder so. Mehr steht da nicht drin. Gibt es Fragen dazu? Jemand schon seine Erfahrungen mit dem Autovakuum gemacht? Oder mit Vakuum generell? Vakuum früh ist schlecht. 8.0 Vakuum Full Jein. Also man hat immer gesagt, Vakuum Full nehmen. An 7.4 war das Problem mit Index Bloats. In die älteren Versionen vor 8.0 haben das Problem, dass Index Pages, wenn ihr zum Beispiel ein Tupel drin hatten und die sind ja auch 8K groß ansonsten leer waren, dann hat er die nicht irgendwie wieder freigeben können. Die lagen dann einfach rum und wenn die dann letztendlich gelöscht wurden und die waren nicht balanced oder so, dann ist das komplett unten runter rausgefallen. Das heißt, er hätte nie gewakuumt oder irgendwie zur Wiederfreigabe invalidiert. Und deswegen konnte unter Reindex oder Vakuum Full wieder kleiner machen. Eigentlich eher, ich würde eher Reindex nehmen und den Hieb erstmal in Ruhe lassen. Erst dann, wenn der Hieb wirklich aufgeblasen ist, dann sollte man dann auch Vakuum Full machen. Vakuum Full ist eine sehr teure Operation. Das Problem ist, dass Vakuum Full wirklich die Tabelle im Endeffekt abgrast, trackt, wo hat er freien Platz und dann von unten her die Tupel wieder einsortiert. Und anschließend schrinkt er die Relation. Das ist aber ein unheimlich aufwendiger Vorgang, weil beispielsweise ein Access-Exclusive-Log auf der Tabelle, das heißt, die Tabelle ist nicht zugriffbar, man braucht ein Wendlandsfenster. Zum einen ist das unheimlich Transaktions-Log intensiv, der schreibt ihm Unmengen daraus, weil die komplette Tuppe muss Wahllog sein, weil er hat es ja geändert, mehr oder weniger. Und ja, was ich aber noch viel schlimmer fand, ist die Laufzeiten teilweise, die da bei großen Tabellen entstehen, die sind eklatant, weil der Workmem bzw. der Maintenance Workmem früher Maintenance doch Maintenance Workmem und Sortmem hieß er früher, der sagt dem Vakuum wie viel Hauptspeicher er benutzen soll. Und da legt er seine Array ab, wo er sich die toten Tuppe merkt. Wenn das voll ist, dann muss er sortieren und dann muss er komplett wieder anfangen alle Indexe neu zu scannen. Dann geht es wieder los und fängt er wieder an alle Indexe voll zu scannen und so weiter. Deswegen ist das ziemlich lang. Wenn man so eine Tabelle hat, dann kann man Cluster nehmen. Einfach einen Cluster machen, der interessiert das nicht. Der braucht zwar den Spanierblast der Tabelle nochmal, aber der baut die Tabelle komplett neu. In einem Rutsch, das interessiert dir nicht. Wenn man Probleme hat mit diesen IOs und Vakuum, das heißt Vakuum dauert einem zu lange, dann könnte man sich überlegen, ich drücke immer die falsche Taste. Das ist eigentlich relativ nicht so häufig benutztes Feature. Ich persönlich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, weil man hat verlängernde Vakuum Laufzeiten. Das funktioniert auch nur mit einem ganz normalen Vakuum, das die Tabelle nicht sperrt. Was es macht, ist, der Cost Limit Faktor, der sagt es dann aus, ich sammle jetzt also Vakuum Statistiken über meine eigene Arbeit bis zu dieser Grenze, bis zu diesem Limit und anschließend schlafe ich erstmal diese Zeit in Millisekunden. Null sagt Disabled, dann kann ich hier zum Beispiel 10 Millisekunden definieren, dann arbeitet er wieder, bis er seinen Kostenlimit Faktor von 200 erreicht hat, schläft wieder und fängt wieder an. Das kann auch später als 10 Millisekunden sein. Außerdem muss man aufpassen, manche Betriebssysteme haben ja nur eine Auflösung von 10 Millisekunden, weil wenn der natürlich gerade dabei ist, irgendwelche Pages umzusortieren und so weiter, dann wird er sich nicht zwischendurch schlafen legen, weil er hätte ja einen Page Lock so lange darauf, das wäre fatal. Deswegen kann es sein, dass er erstmal alle Pages umsortiert und erst dann sich schlafen leckt, wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind. Das heißt, das kann auch signifikant länger als 10 Millisekunden sein, aber höchstens die Vierfallzeit. Deswegen sollte man mit Bedacht diese Werte hier wählen. schon unterschreiben. Und der Limitsfaktor hier, der ist schwierig zu bestimmen, weil es gibt diverse Parameter wie Page Miss, Page Cost, also wenn er eine Seite angefasst hat zum Vakuum und so weiter, das sind alles Kostenfaktoren, die spielen da eine Rolle. Die sind auf sinnvolle Default-Werte eingestellt, aber wo jetzt genau die Grenze effektiv für das System liegt, das kann man eigentlich nur durch Testen und stetiges Monitoring rauskriegen. Also es ist quasi ein iterativer Optimierungsprozess. Es gibt da keine pauschale Aussage. Meine Empfehlung ist immer erstmal differenzulassen. Benutzt ihr mal ein Cost-Based Vakuum oder hat irgendjemand schon mal versucht das zu benutzen und schlechte Erfahrungen damit gemacht? Also die meisten Leute, die machen die schlechte Erfahrung damit, mein Vakuum droht ja plötzlich zwei Tage. Es kann passieren, wenn der Delay dann zu lange ist. Wirklich mit geringen Werten an 5 Millisekunden oder wenn es das Betriebssystem zulässt, 10 Millisekunden an 15 Millisekunden, das ist eigentlich schon eine Welt, da kriegt das System noch genug Luft. Vorher noch war ja die Frage mit dem Mischen von Vakuum und Auto-Vakuum, das kann man machen, und zwar man kann auch diese System-Kanalog PG-Auto-Vakuum benutzen, das ist eine System-Tabelle mit den Spalten hier, und zum Beispiel eine Tabelle aus dem Auto-Vakuum einfach ausnehmen. Man sagt dann einfach, diese Tabelle wird jetzt für diese Zeit einfach auf Enabled Force gesetzt und dann wird die vom Auto-Vakuum nicht mehr berücksichtigt. Und so kann man auch spezielle Parameter, die wir vorher schon angesprochen haben, wie dieses Delay und diese Scale Thresholds pro Tabelle einstellen. Das Problem ist, das hier ist ein bisschen mistig zu konfigurieren, weil man muss dann wirklich mit Insert Into arbeiten. Es gibt kein User-Interface momentan für dieses PG-Auto-Vakuum Catalog Graffe. Das kommt aber noch, aber man ist sich nur ein bisschen uneins, wie man das machen soll. Normalerweise würden das dann Attribute sein, die an die Tabelle geheftet werden, wie man es von Oracle kennt. Es hat sich aber noch keiner gefunden, der das so ein vernünftiges Interface mal vorschlägt. Man hat dann als Behelf erstmal diesen PG-Auto-Vakuum eingeführt, einfach um einem Admin auch die Möglichkeit zu geben, da doch ein bisschen auf Tabellenebene das ganze Zeug zu definieren. Deswegen mein Vorschlag, wenn man mit Delay arbeitet, dann meint man immer eine ganz bestimmte Tabelle oder bestimmte Tabellen und das dann über das hier zu machen. Weil dann der Delay nicht global auf die ganze Datenbank wirkt, sondern wirklich nur für die Tabellen, wo ich will, dass die langsam gewakuumt werden, einfach um Euro-Ressourcen auf die zu sparen. Hier der Hinweis für Backups, PG-Dump berücksichtigt Änderungen an dieser Tabelle nicht. Das heißt also, wenn Sie einen PG-Dump machen, auf eine andere Datenbank umziehen, dann haben Sie die Änderungen, die Sie hier gemacht haben, verloren. Die sind in der Mac. Wir haben vorher schon die Free Space Map kurz erwähnt. Die Free Space Map ist eigentlich der Parameter, der fast nie eingestellt wird, der wird immer auf Def hat gelassen. 204 800 sind das momentan. Das ist die Anzahl an Pages, die Platz haben in der sogenannten Free Space Map und die fragmentierten Speicherplatz protokollieren. Bei großen Datenbank sind 200.000 Pages nichts. Das wird wahrscheinlich innerhalb von einem halben Tag schon umgewälzt an Updates und Deletes und so weiter. Es ist kein Fehler, diesen Wert signifikant zu erhöhen auf 2 Millionen oder so. Man muss beachten, das braucht Shared Memory. Es kann sein, dass man SHL Max im Kernel erhöhen muss. Aber jeder Eintrag braucht 6 Bytes. 2 Millionen mal 6 Bytes sollte auf heutigen Datenbank verschmerzbar sein. Aber dann ist man schon auf einer sicheren Seite. 200.000 ist fast immer zu knapp. Das ist die Anzahl an Relationen, die in die FSM getrackt werden können. Die steht standardmäßig auf 1000. Das ist eigentlich eine gute Zahl. Da zählen allerdings auch Indexe und System Kataloge dazu. System Kataloge, Systemobjekte sind ungefähr 150 Stück oder so. Also man immer auf der sicheren Seite. Ich habe schon erwähnt, zu kleine Maps, die sorgen dafür, dass fragmentierter heap nicht getrackt wird. Das heißt, er wird nicht mehr zur Wiederverwendung freigegeben. Tabellen und Indexe wachsen. Vacuum Verbose haben wir schon angesprochen. PG Free Space Map ist auch eine Möglichkeit, die Free Space Map ein bisschen zu monitoren. Das ist ein Contrip-Modul, das muss man hinzu installieren. Das ist dann quasi eine View, also eine Tabelle, die kann man abfragen und da stehen dann die Zahlen drin, das sind glaube ich zwei Views, um genauer zu sein, die der installiert und da gibt es ein View, da stehen dann quasi die Auslastung der Free Space Map drin, der liest quasi die Free Space Map in Echtzeit aus und zeigt über einen ganz normalen SQL kann man das abfragen und zeigt es dann an, da kann man zum Beispiel die OID der Tabelle wählen, dann einen Count drüber laufen lassen und dann sieht man ungefähr wie viel Tabellen, wie viel fragmentierten Platz die Tabelle da drin hat. Interessant wird es in 8.4 hoffentlich, da hofft jeder darauf, der erste Schritt ist getan, die sogenannten Relation Forks, die sorgen dafür, dass die Free Space Maps endlich aus dem Shared Memory rausfliegt und das heißt dynamisch ist. Man kann die also quasi zur Laufzeit anpassen und das richtig coole ist eigentlich daran, dass das ein Autovacuum selber machen kann, weil niemand weiß besser Bescheid über den fragmentierten Platz als Vakuum. Der Admin, da muss da ständig hinterher sein, da muss dann seine Logfiles monitoren und so weiter und dann ist aber Autovacuum in der Lage diese Relation Forks selbstständig einzustellen und das ist für mich eigentlich das heißersehendeste Feature überhaupt, weil das wirklich diese Problematik, dass die FSMs voll laufen und so weiter, dass es endlich mal ad acta gelegt ist. Es gibt Anwendungen, da ist zum Beispiel fatal, wenn nur eine Nacht lang der Vakuum nicht durchläuft, dann haben die schon ein Problem, dass die FSM zu voll ist. So, und das würde das dann endlich verhindern. Haben wir einen Re-Index? Das ist eigentlich immer sinnvoll, weil selbst in 8 Re jetzt teilweise der Index stark fragmentieren kann. Und Re-Index in so einem Wartungsfenster ist eigentlich fast das Ideal. Also wenn man das irgendwie einmal in der Woche oder einmal im Monat, das reicht eigentlich schon völlig einrichten kann, man kann es auf Tabellenebene machen, das ist eigentlich schon ein guter Wartungstask. Wenn man sowas machen kann, ist das eigentlich immer gut. Allerdings, wie gesagt, wir brauchen ein Wartungsfenster, weil Re-Index die Updates und so weiter blockt. Man kann zwar noch selektieren, aber die Updates sind geblockt. So, gibt es noch Fragen irgendwie dazu? Acht Minuten noch? Was ist das? Also Create Index Konkurrent, Re-Index Konkurrent? Concurrently, ja. Create Index Konkurrently, das ist ein neues Feature in 8.2 eingeführt, das ist aber nur was für Indexe, die nicht unik sind. Was geht das positiv bei Re-Index? Wenn es auf Tabellenebene beschränkt kann? Der Re-Index benutzt das Konkurrently nicht. Das Problem, weil der Re-Index, der macht ja auch die Primärschlüssel und so weiter neu. Das sind ja auch Indexe und die sind eindeutig. Das Problem beim Konkurrently, da wird der Index quasi zweimal gebaut. Der läuft durch und baut... Ja, aber du läufst Gefahr, kaputte Indexe zurückzulassen. Deswegen will man das eigentlich nicht machen. Ja, klar. Dann musst du auch den Index extra angeben. Das funktioniert. Das könnt ihr mal machen, ja. Also ein Re-Index ist ja auch nichts anderes als ein Drop-Index, Great-Index. Das kann man machen. Ja. Da kann man sich dann so ein Wartungsscript schreiben, dass das entsprechend dann aufdrösselt. Das hat man schon mal kurz angesprochen. Ich gehe jetzt nochmal ein bisschen detaillierter drauf ein. Kennt jemand die StatActivityViews und StatUserTables? Damit haben wir gearbeitet. Eine gute Erinnerung in der 8.3, dass das Statement jetzt woanders liegt. Statement? Die Statement Protokollierung und StatActivity. Ja. Die wird jetzt anders verweitet und ist auch nicht mehr so viel overhead. unter 8.3 die Statement Protokollierung mit anzuschalten, waren bis zu 30% performen mit einem Buch. Und das Statement war einfacher als zu sagen Log-Statement und Mind-Duration? Ja, genau. Das Log-Fall. Weil dann sieht man das auch? Ja, das Problem ist, dass in älteren Versionen dieses SQL-Cue liegt ja im Share-Memory da drin. Das ist irgendwie an diesem Array angepinnt, wo diese Prozesse drauf lauschen. Und da war irgendwie was kaputt auch. Das war langsam das stimmt. Muss man aufpassen. Ja, aber die Länge ist jetzt deutlich, die Begrenzung ist jetzt deutlich länger geworden. Da passen jetzt deutlich größere Queries rein als früher. Früher waren es glaube ich nur 255 Zeichen oder so mal. Mittlerweile passt es aber wirklich komplett rein. Ja, wenn man eine Anwendung hat, die auf allem stehen gesorgt ist, zu Wings schätze kann. Also ich sage ja, der PG Start Activity, der soll auch erst mal nur Indizien liefern, was los ist. Also man kriegt da ungefähr, wichtig beim PG Start Activity finde ich vor allem das hier, diese Waitings, dann diese Backend Starts und Query Starts und vor allem XIX Starts, dass man zum Beispiel langlaufende Transaktionen aufspüren kann. dann auch QWs, die lang auf irgendetwas warten. Kann ja sein, dass man irgendwo ein verirrtes vor Update oder so rumschwören hat. Statement Logging. Ja. Ja, wie groß sind denn die QWs, um Gottes Willen? Ja? Solche Dinge? Ja, der braucht da irgendwie also mehrere hundert dreien sollten kein Problem sein, aber wenn es dann natürlich in die Tausende geht, da begrenzt er dann irgendwann mal. Ich weiß gar nicht, wo die Grenze liegt, 16K oder so? Ich weiß gar nicht, ich glaube 16K müssten das sein. Weiß ich jetzt auswendig auch nicht. Es ist immer ein bisschen vergrößert worden. Also es gibt keine Statement Begrenzung im Postgres an sich. Das Statement kann endlos groß sein. Das Problem ist halt nur die Anzeige hier im PG Start Activity. Weil der natürlich ein gigabyte großes Query nicht ständig im Backend mit rumführt. Das wäre ja sinnlos. Ich habe mal hier noch den PG Logs. Also wenn man zum Beispiel hier einen hat, der Waiting True hat, dann kann man sich diesen PG Logs hier mal so zu Gemüte führen und mal gucken, wo der Granted and Force ist. Da habe ich mal hier einfach mal rausgefischt. Der PG Logs ist eigentlich sehr interessant und in früheren Releases war der ein bisschen krude zu lesen und so weiter. Aber mittlerweile ist das ganz gut, weil der wirklich detailliert anzeigt, welche Logs das sind. Auf welcher Datenbank, welche Relationen, auf Page und Tupel-Ebene, die Virtual X-ID, das ist jetzt mal zweitrangig, dann immer noch wichtiger, die Transaction-ID, dann die Class-ID, Objekt-ID, die Sub-ID, also wenn es zum Beispiel eine Spalte ist und die eine Objekt-ID hängt und so weiter. Also mittlerweile kann man da wirklich alles rauslesen, was man eigentlich braucht. Früher war da wirklich, stand nur drin, ja, Log nicht, grantet, fertig. Das war ein bisschen blöd. Und die P-ID, den Mode, Share-Log, also der ist hier relativ moderat, die Share-Logs sind ja relativ, aber man sieht, dass der Force ist. Das heißt, das ist eine Transaction-ID, PID 20908. Passt jetzt leider nicht hier. Habe ich mal einfach so rausgefischt zu Darstellungszwecken und da könnte man jetzt mal gucken, PID 20908, ja, welche Transaction-IDs gibt es denn da noch mit dieser ID hier drin? Jemand schon mal benutzt denn P-G-Logs? Ja, man jointet dann zusammen oder so, da muss man sich, das Problem ist halt, die allein, ja, ich meine, so richtig aussaherkräftig ist, aber es ist ähnlich die Möglichkeit da, mit Joints und so weiter die Information sich selber zusammenzuzimmern oder man benutzt entsprechende Tools wie PGA-Admin, die das von sich aus schon machen. Zwei Minuten haben wir noch. Überwachung, habe ich nur ein paar wichtige, meiner Ansicht nach, wirklich wichtige Sachen angeführt. Min-Duration-Statement, das ist eigentlich immer nützlich, wir haben mal salopp auf zwei Minuten eingestellt, aber das ist dann für Anwendungen wichtig, wo man wirklich wissen will, was sind denn die Ausreißer nach oben? Also da kann man dann das einschalten, in SIG-Hub schicken und dann kann man sich die dann mal rausfischen, was denn da so lange braucht. Min-Error-Statement auf Error setzen, damit man auch die Statements kriegt, die die Fehler machen zum Beispiel. Sonst steht da nämlich nur Error drin, aber nicht das Statement. Und was auch lustig ist, auf 8.3 jetzt bezogen, finde ich, das sind zum einen diese Log-Checkpoints, dass man ein gewisses Gefühl kriegt, wie laufen denn die Checkpoints in meiner Datenbank ab. Wenn die alle zwei Minuten laufen, dann weiß ich, ja, ich muss Checkpoint-Segments erhöhen, also meinen Transaktionslog größer machen. Die Log-Weights ist interessant, Deadlog-Timeout, und wenn der zuschlägt, dann loggt der hier quasi die Transaktionen, die so lange warten müssen. Da kann man vielleicht auch ein bisschen Debugging und so weiter betreiben. Ganz interessant auch, Log-Temp-Files in Kilobyte angegeben. Das sind diese temporären Dateien, die PostgreSQL benutzt, um extern zu sortieren, zum Beispiel. 32 Megabyte, dann werden die entsprechend angezeigt. Dann kann man vielleicht auch mal, dann kriegt man endlich mal ein Gefühl, was eigentlich auf der Festrate so zusätzlich noch los ist. Und auch neu, ab 8.2, Log-Auto-Vacuum-Min-Duration, da sieht man dann die minimale Zeit, also 10 Minuten, und dann werden alle Vakuums gelockt, die länger als 10 Minuten gebraucht haben. Dann kriegt man auch ungefähr ein Gefühl, was auf bestimmten Tabellen oder Indexen los ist. Wie gesagt, das gab es in 8.1 mit der Einführung von Auto-Vacuum noch gar nicht. Das ist vielleicht auch ein Grund zum Migrieren. Okay, die Zeit ist um. Haben wir noch? Haben wir noch? Gut. Gibt es noch Fragen oder dazu? Muss ja nicht unbedingt jetzt zu diesen Parametern sein, sondern vielleicht zu anderen. Ich habe noch was. Ich habe noch was. Backups. Ich habe hier einfach mal salopp mal aufgeschrieben, PG-Dump, das ist eigentlich das, was der Admin täglich benutzt, um seine Datenbank zu sichern. Es gibt eigentlich drei Formate, Plain, Tar, Custom. Das ist das Custom-Format, das ist das Plain-Format, und jetzt noch Tar wäre minus FT, aber ich mag Tar-Format eigentlich gar nicht. Es gab in älteren, die neueren Tars, die haben das ja nicht mehr, aber es gibt die alten Tars auf diversen Plattformen, die haben eine Begrenzung, dass ein File-Member, dieses Tar-Archiv, nicht größer als 8 GB werden kann. Das heißt also, wenn man einen Dump hat von einer Tabette, der größer als 8 GB ist, kriegt man ein Problem. Wenn man aber das sicherstellt, dass es nicht der Fall ist, dann kann man auch das Tar-Format verwenden, dann hat man vielleicht einen Vorder, dass man es irgendwie weiterverwenden kann. Tar wird ja von heut zu Tage vor allem unterstützt und so weiter. Wichtig auch, dass, wie ich ihm sage, wenn ich auf einer Latin-Maschine bin, dass der dann auch ein Latin dumpen soll, damit ich das auch wieder sinnvoll reinkriege. Dump all für komplette Dumps, also komplette Dumps im Sinne von den kompletten Cluster rausdumpen, braucht man zum Beispiel für Migrationszwecken, kann man auch mit minus G benutzen, kombiniert mit PG-Dump, dann minus G, dumpt die globalen Objekte raus, wie Benutzer, Table Spaces und so weiter. Das macht PG-Dump nicht. Da muss man aufpassen. Die Benutzer und Table Spaces und so weiter nimmt er nicht mit. Oder hier alles, einfach hier Benutzername angeben, das Encoding, und dann wird alles rausgedumpft. Und das kann man dann einspielen. Wichtig ist, wenn man zum Beispiel sowas für eine Migration benutzt, dann sollte man das PG-Dump oder PG-Dump-All immer der neueren Version benutzen, also auf die Version, die man migrieren will. Weil es kann sein, dass sich da irgendwie SQS-Syndaktisch was geändert hat und die neue Syntax zum Beispiel oder neue Funktionalität kennt ja nur das neue PG-Dump. Das ist nicht immer der Fall, lustigerweise, letztens war auf der Mail-Liste der Fall, da ist einer von 653, FreeBSD 3.10, migriert auf Postclass 8.3 auf einer Linux-Plattform. Das Problem ist, eine 653 auf 8.3 kriegen, das ist ein Abenteuer. Da hat sich so viel geändert, da ist so viel anders, das kriegt man eigentlich fast nicht ohne wildeste Spagate hin. Also wenn jemand sowas hat, der kann sich gerne an mich wenden oder an die Mailing-Liste, die freuen sich immer über sowas. Und problematisch bei sehr großen Datenbanken, denn man hat eine langlaufende Transaktion, langlaufende Transaktionen kennen wir ja, das ist immer so ein Problem mit Datenbanken und das kann natürlich unheimlich lange dauern, bis der alles rausgedumpt hat. Also 500 Gigabytes mit PG-Dump oder so zu sichern, das macht keinen Spaß. Deswegen geht man immer zum World-Based-Backup. Backups quasi nebenher, das ist also ideal, habe ich schon erwähnt, für Datenbanken mit großen Datenmengen, hunderte von Gigabytes oder so weiter, da werden quasi die Transaktionslogs archiviert, das geht quasi einher mit den Änderungen auf der Datenbank. Base-Backups kann man über Snapshots machen, da benutzt man dann SANS oder LVMs, um diese Snapshots zu erzeugen. Richtig gute SANS sind auch richtig effizient, was die Größe dann diese Snapshots angeht, weil die speichern dann, die machen dann gerade den Snapshot quasi so, dass sie erst dann einen kompletten Kopie machen, wenn sich irgendwie was ändert, irgendwie so funktioniert das dann. Wiederherstellung, jedoch nur über Downtime. Gut, das ist eigentlich immer so, wenn man einen Recovery hat. Ich sehe es jetzt nicht groß als einen Negativpunkt an, aber was wirklich ein negativer Punkt ist, ist der Speicherverbrauch. Also das kann wirklich eklatant sein. Also das Archiv, wo die Transaktionslogs reinwandern, das sollte man tunlichst im Auge behalten. Der Archiver hält an und archiviert nicht mehr. Der läuft dann in der Loop und probiert es dann halt immer wieder. Das sieht man dann im Log-File zum Beispiel. Da kommt dann immer Arrow, GoodNot Archive und so weiter. Das läuft dann halt immer auf. Das Problem ist halt, dass das X-Log aufläuft und dass sie keine Archivierung mehr haben. Das heißt, die X-Logs werden nicht mehr gesichert. Aber die Datenbank läuft weiter. Das ist der Schnurz. Ne, oder weniger. Weil das wirklich autark eigentlich ist, vom Backend selber. Aber es ist halt dann fatal, wenn das X-Log dann vollläuft, lokal. Wiederhersteckung muss man an der Sprache. Ja. Das dauert dann halt. Also wenn man wirklich Hunderte von Transaktionen hat pro Sekunde und das dann längere Zeit das Basebackup auslässt und dann davon zu recoveren, das kann ein Tag dauern. Ja, das ist richtig. Und die letzten Punkte, aber Hash-Indexe. Wenn man Hash-Index benutzt, muss man immer einen Re-Index machen nach dem Recovery. Immer. Weil die nicht wahllockt sind. Fragt mich nicht, warum. Ist so. Und Table Spaces. Weil, wenn man ein Recovery mit Wahlbase-Backup auf ein anderes System macht, dann sollten da die Table Spaces auch da sein. Also es ist so, dass das Transaktions-Log schon dieses Create Table Space auch mitloggt und dann entsprechend beim Recovery ausführt. Nur, wenn das Verzeichnis für diesen Table Space nicht da ist, dann ist es natürlich doof. So, deswegen würde ich sagen, vielen Dank.